Heyo, ich bin Tommysomething und heute darf ich bei Master Gems Adventskalender dabei sein. Falls ihr wissen wollt was ich auf meinem Kanal mache, da geht es hauptsächlich so um Videospiele und Filme und generell alles was Popkultur betrifft. Deswegen habe ich auch ein paar Witze vorbereitet wie zum Beispiel Traue nie den leuchtenden Augen eines Mannes. Es könnte auch einfach die Sonne sein, die durch seinen hohlen Kopf scheint. Wie nennt man einen gut aussehenden intelligenten und sensiblen Mann? Ein Gerücht. 4 kleine Worte die das Ego eines jeden Mannes zerstören können. Bist du schon drin? Männer sagen immer sie seien an den inneren Werten der Frau interessiert. Ja warum benutzen sie dann nicht eigentlich Röntgenaufnahmen als Wichsvorlage? Warum kann man Männer mit einem Schneesturm vergleichen? Naja ganz einfach, keiner weiß ganz genau wann sie kommen, wie viele Zentimeter sie mitbringen und wie lange es dauert. Alle Menschen sind intelligent, Ausnahmen haben die Regel. Wenn ein Mann die Auswahl zwischen zwei Übeln hat, dann wählt er meistens die Hübschere und Jüngere. Warum nennen die Männer ihre Frauen eigentlich immer Schatzi? Naja weil sie sich zwischen Schaf und Ziege nicht entscheiden können. Die meisten Frauen nehmen nur beim Telefonieren ab. Was kommt dabei raus wenn man eine Frau mit einer Krake kreuzt? Ich hab absolut keine Ahnung, aber es putzt verdammt gut. So das war's schon mit meinen kleinen Adventswitzchen und bald ist ja auch Weihnachten und wenn ihr dem Master Jam jetzt eine Freude machen wollt, dann klickt ihr da unten auf Abonnieren und lasst bei dem Video auch gleich noch einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen morgen geht's weiter und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!